In diesem Video erfährst du, wie du deine Stimme verbessern kannst in Audacity und zwar Schritt für Schritt im Detail. Wenn du auf der Suche bist nach dem perfekten Sound für deinen Podcast oder YouTube-Video, dann bist du hier goldrichtig. Denn in diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in dem kostenlosen Musikprogramm Audacity deine Stimme so bearbeitest, dass sie klingt wie aus dem Radio. Damit kannst du aus einer Stimmaufnahme wie dieser Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity ein professionell klingendes Vocal wie dieses machen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Dazu musst du nur 5 Dinge mit deiner Aufnahme machen. Erfahre jetzt, wie du das Rauschen aus deiner Stimme entfernst und wie deine Stimme kräftiger, schöner und angenehm laut klingen kann. Alles für den ultimativen Radiomoderatoren-Sound. Wenn du noch bis zum Power-Tipp bleibst, wirst du im Handumdrehen zum Profi-Moderator. Den verrate ich dir aber erst am Ende. Smash jetzt den Like-Button, dann geht's los. Übrigens, mein Name ist Philipp. Bevor wir mit den ersten Bearbeitungen zum Stimme verbessern anfangen, müssen wir die Aufnahme in eine sinnvolle Ausgangsposition bringen. Dafür sorgen wir als erstes, dass wir eine Mono-Aufnahme vorliegen haben. Stimmen werden mit einem Mikrofon aufgenommen und das bedeutet, dass wir nur eine Monospur benötigen. Auch wenn du deine Stimme mit zwei Mikrofonen oder einem Stereo-Mikrofon aufgenommen hast, empfehle ich dir, deine Aufnahme in Mono umzuwandeln. Damit bleibt deine Stimme immer stabil in der Mitte. Damit die Bearbeitungen, die wir gleich machen werden, optimal von den Effekten berechnet werden können und wir keine weiteren Störquellen reinholen, werden wir die Aufnahme auf minus 3 dB normalisieren. Dazu wählen wir die gesamte Audiospur mit einem Doppelklick aus, gehen oben auf Effekt und wählen uns Normalisieren aus. Im Menü des Effekts wählen wir die Option Spitzenamplitude normalisieren und schreiben minus 3 in das Feld daneben. Dann drücken wir auf OK. Jetzt siehst du, wie sich die Größe deiner Wellenform verändert hat. Diese Bearbeitung sorgt dafür, dass das aufgenommene Audiosignal gleichmäßig lauter wird. Es verändert sich aber nicht im Klang und du wirst bemerken, dass das Rauschen in der Aufnahme ebenfalls lauter geworden ist. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Hast du nur wenig Störgeräusche in deiner Aufnahme, könnte dir ein sogenanntes Noise-Gate helfen. Ein solches Gate kannst du dir wie einen Wasserdamm vorstellen. Tritt das Wasser über ein bestimmtes Maß, lässt der Damm das Wasser oder in diesem Fall unsere Stimme durch. Alles darunter kommt nicht durch. So kannst du in Pausen, wo nicht gesprochen wird, die Lautstärke der Störgeräusche verringern bzw. ganz entfernen. Cool, oder? Der Parameter Gate-Schwellwert bestimmt, wo dieses Maß sein soll. Mit einer Kontrastanalyse kannst du sehr einfach herausfinden, wo du diesen Schwellwert ansetzen musst. Um diese Analyse durchzuführen, markieren wir wieder mit Doppelklick unsere ganze Spur und gehen dann in der oberen Leiste auf Analyse und dann auf Kontrast. Im Fenster sehen wir die Parameter Vordergrund und Hintergrund. Mit Vordergrund ist deine Stimme gemeint und mit Hintergrund die Hintergrundgeräusche. Da wir für das Gate nur wissen müssen, wie laut unser Hintergrund ist, wählen wir eine Sprechpause aus und gehen dann auf Auswahlmessen. Jetzt wird bei Lautstärke angezeigt, auf welchen Schwellwert wir unser Gate stellen müssen, um die Hintergrundgeräusche zu entfernen. Das Grundrauschen liegt bei unserem Fall bei ca. minus 58 dB und damit wissen wir genug, um den Schwellwert einzustellen. Jetzt bitte notieren, damit wir auf der sicheren Seite bleiben, wählen wir für das Gate einen Schwellwert aus, der deutlich unter dem Pegel der Stimme liegt. Damit diese immer durchkommt. Gleichzeitig sollten wir auch deutlich über dem Pegel der Störgeräusche bleiben. In unserem Fall werden also minus 48 dB eine gute Wahl. Sollte deine Aufnahme besonders verrauscht sein, kann dir Audacity auch hier beim Stimme verbessern weiterhelfen. Dafür gibt es den Effekt Rauschverminderung. Der funktioniert so. Zuerst wählst du dir einen kleinen Schnipsel aus deiner Audiodatei aus, der nur das Rauschen enthält. Dann öffnest du die Rauschverminderung. Hier ploppt dann ein Fenster auf. Im Fenster gehst du dann auf Rauschprofil erstellen. Jetzt wählst du die ganze Audiodatei aus und gehst nochmal auf den Rauschverminderungseffekt. Audacity nimmt dein vorher erstelltes Rauschprofil und filtert das Rauschen aus deiner Datei heraus. Diesen Effekt würde ich aber wirklich nur empfehlen, wenn deine Aufnahme stark verrauscht ist. Wenn du die Aufnahme mit weniger Rauschen nochmal machen kannst, wirst du immer ein besseres Ergebnis erhalten. Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity zum perfekten Voice-Over. Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity zum perfekten Voice-Over. Damit haben wir jetzt eine gute Basis für unsere Stimme geschaffen und können jetzt übergehen, die Stimme zu verschönern. Das werden wir mit einem Hochpassfilter und einem grafischen Equalizer machen, indem wir Frequenzen in ihrer Lautstärke anheben und absenken. Typischerweise wollen wir einen schönen Bassbereich als Fundament und eine präsente Stimme. Wir werden deswegen tiefe und hohe Frequenzen anheben. Der größte Teil der Energie in der menschlichen Stimme findest du zwischen 100 Hertz und 800 Hertz. Wir können also ganz entspannt alle Frequenzen unter 100 Hertz wegschneiden. Das machen wir mit einem Hochpassfilter und einer Filtergüte von 12 dB pro Octave. Den Filter wählen wir wieder im Effektmenü aus und stellen dann die Frequenz und die Filtergüte ein. Hauptsächlich entfernen wir damit tieffrequente Störgeräusche oder unerwünschten Trittschall. Aber Achtung! Wenn du merkst, dass der Filter den Klang deiner Stimme verändert, musst du mit der Grenzfrequenz etwas runter. Der Filter ist wirklich nur dazu da, Störfrequenzen zu entfernen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Als nächstes öffnen wir unter den Effekten den grafischen EQ. Hier können wir verschiedene Frequenzbänder lauter oder leiser machen. Um der Stimme etwas Wärme zu geben, heben wir hier bei 125, 160 und 200 Hertz den Wert um 2 bis 3 dB an. Danach drücken wir auf Vorhören, um zu hören, was der EQ genau macht. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Zwischen 400 und 500 Hertz wirkt die Stimme oft etwas unklar. Um ihr mehr Definition zu geben, senken wir hier um 2 dB ab. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Wenn du deine Stimme zu nasal findest, könntest du folgendes probieren. Und bei 630 und 800 Hertz um vielleicht 1 bis 2 dB absenken. Um deine Stimme präsenter zu machen, sie also näher an den Zuschauer zu bringen, kannst du bei 2 Kilohertz, 2,5 Kilohertz und 3,15 Kilohertz eine Anhebung machen. So merkst du direkt, dass deine Stimme mehr in den Vordergrund rückt. Sie bekommt also mehr Präsenz und setzt sich besser durch. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Weiter oben im Frequenzspektrum finden wir die Sprachverständlichkeit. Die wird vor allem von den Konsonanten bestimmt. Diese finden wir meistens bei etwa 5 Kilohertz. Je nachdem, welches Mikrofon du verwendest, kannst du hier vorsichtig leicht einige Dezibel anheben. Aber nur, wenn es an Sprachverständlichkeit mangelt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Um den HiFi-Sound zu bekommen, würde ich jetzt noch die Werte ab 8 Kilohertz in einem Bogen anheben. Mein maximaler Wert ist hier ca. 7 dB. Die Anhebung mache ich also bei 8, 10, 12,5, 16 und 20 Kilohertz in einer Bogenform, damit wir etwas Glanz in die Stimme bekommen. Als Tontechniker sagen wir dazu, dass die Stimme dadurch mehr Luft bekommt. Und so klingt unsere Stimme jetzt deutlich besser. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Wenn deine Stimme nicht gleichmäßig laut bleibt, wird es schwierig, sie auf der Autobahn, dem Smartphone-Lautsprecher oder beim Joggen zu hören. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sie immer schön richtig laut bleibt. Das richtige Werkzeug dafür ist der Kompressor. Dieser Effekt reduziert den Abstand zwischen den leisen und lauten Passagen. Die Lautstärke bleibt also gleich. Für einen Sound wie im Radio wählen wir eine Ratio von 4 zu 1. Damit liegst du dir in den meisten Fällen goldrichtig. Für die Attack- bzw. Ansprechzeit suchen wir einen Wert zwischen 0,1 und 0,5 Sekunden. Beim Einstellen der Attackzeit solltest du nicht länger als eine Sekunde wählen, da sonst alle S-, T- und Zischlaute vom Kompressor übersehen werden. Die Release- bzw. Abklingzeit kannst du zwischen 1 Sekunde und 1,5 Sekunden ansetzen. Etwas schwieriger wird es beim Einstellen des Schwellwerts. Du erinnerst dich noch, beim Noise-Gate gibt es diesen Parameter auch. Den Schwellwert stelle ich hier auf minus 10 dB ein. Das ist in unserem Fall ideal, um in Richtung Radiostimme zu kommen. Mit dem Kompressor klingt unsere Stimmaufnahme jetzt so. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Wir sind mit unseren Schritten schon ganz nahe dran, die Stimme zu verbessern. Der ganz typische Radioklang entsteht am Ende durch einen Effekt, der Begrenzer heißt. Als Tontechniker sagen wir dazu aber Limiter. Dieser quetscht das ohnehin schon laute Signal noch etwas mehr zusammen und nimmt dadurch noch mehr Dynamik heraus. Im Ergebnis bleibt die Stimme dann noch gleichmäßiger gleich laut. Unter den Effekten in Audacity findest du den Begrenzer. Diesen stellen wir auf harte Begrenzung ein. Dann müssen wir dafür sorgen, dass er auch wirklich was zu tun hat und geben ihm mit 4 dB Eingangsverstärkung ein noch lauteres Signal rein. Mit diesem Wert musst du etwas spielen, um den richtigen Sound zu erreichen. Du kannst also immer wieder auf Vorhören klicken, bis du den Radiosound hast. Gibst du ein zu leises Signal rein, muss der Limiter nicht arbeiten und der Sound bleibt annähernd gleich. Fütterst du eine zu laute Stimme hinein, wird diese gänzlich zusammengequetscht und verliert an Wohlklang. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Außerdem geben wir dem Limiter vor, wie laut das Ausgangssignal werden soll. Hier solltest du einen Wert von minus 3 dB einstellen. Technisch kannst du zwar bis 0 dB gehen, aber das führt beim Umwandeln in MP3 zu einer schlechteren Klangqualität. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zum Stimme verbessern mit Audacity. Zum perfekten Voice-Over. Du bist auf der Lamar und ich wünsche dir noch viel Spaß mit Philipp. Wenn du diese Tipps befolgst, hast du schon einiges drauf beim Bearbeiten deiner Stimme. Wenn du lernen willst, wie du deine Stimme richtig aufnimmst, klick auf dieses Video. Mit diesen Tipps wird deine nächste Aufnahme noch tausendmal besser. Klicke jetzt drauf und check das aus. Mein Name ist Philipp und wir sehen uns gleich wieder auf der Lamar.